Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Aufnahme von Counter-Strike Also das war's Start, ok. Gut zu wissen. Ich wollte schon angefangen. Gut, wir sind da. Und mein ganzer Trupp. Hier ist er ein bisschen besser, weil hier kann man sich gut verstecken und kennen die Karte auswendig. LOL! Hier ist der X! Ok, gut. Der kämpft schon. Ey, das kann nicht sein. Na komm. Alter, wie er kämpft. Meiner Scheiß. Ja, hier kann ich von 4, 1, 2, 3, 4, 4 Punkten rauskommen. Angst, 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 Angst. Wurde die Halle. Nein, 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 das kann nicht sein. Nein, 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 das kann nicht sein. Nein, drei Kills. Ok. Alla, der fucking behinderter. Wirf mir Granate. Es könnte sein, dass wir gewinnen oder wir verlieren. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Haben wir verloren. Er hat ihn gesucht. Das ist viel zu lang. Gut. Nein! Bitte. Habe ich ihn getroppt. Habe ich ihn getroppt. Ich weiß nicht. Ob nie das einmal haben wir gewonnen bis jetzt. Ich bin nicht dein Opfer. Habe ich ihn getroppt. Nein! Ja, lol. Oh, der ist ganz hart. Der will kämpfen oder was? Oh, der ist eine Bombe. Der ist ganz hart. Von allen ging es so. Und der überlebt. Der hat sogar einen gekillt. Mein Gott! Das kann nicht sein. Und mein Team hat versorgt. Na toll. Alter! Ja! Was ich zu jedem manchmal. Und los geht's! Mein Team, was geht da jetzt schief? Bei uns wird er laufen. Also, apropos. Ich muss hier, gell? Was ist dein Stabbeschützen? Ja! Wow! Nice. Aber er hat 3 sein Leben. Ja! Fick dich! 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 1 da haben wir gewonnen nein nein ich hatte keine Waffe aber einen haben wir geholt ja das ist gut so viel nein ah ja das ist gut 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 ja Igel oh lord Leben hat verloren wir sind ein bisschen scheiße 3-3 uuuhh ganz hart NEIN Igel die scheiße ja lol kein einziger getroffen wir wir haben verloren so schnell geht das 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 Die Pfeifei Die Pfeifei Die Pfeifei Obvio ist ein Verlager, ein Job wieder amerika wie kann ich mit digitale killen gibt nicht einmal gedroben und nix mehr zwei schlüsse wird es tot so kritisch aus genie genie Bitte sag nicht. Ich bin... Ich hab so wenig Leben. Geh mir! Jawohl! Ah! Wechselung, oder was? Ja, stimmt. Ich hab 5 Geld! Ich hab 5 Geld! Yay! Na, wie jetzt von Anfang an? Ich hab 5 Geld! 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 Ganz hart! So, nochmal. Ist diese Waffe so ungenau? Nein! Einer ist selber eingekommen. Hm, scheiße. Ehh, wir laufen, alle sind zu uns schon. Ehh, wir laufen, alle sind zu uns schon. LOLL Aschlo Schon wieder belegen wir Einer ist unten, wer ist dort? Toll. Einer ist unten, wer ist dort? Scheiss. Ich glaube, das ist so Pippspieler. Ok, weiter geht's. Nächste Runde. Nächste Glück. Ah ja, Papa, ich muss hier. Sonst kann ich... Juhu. Stirb! Juhu. Sorter. Nöööööö. Adair. Ohololol. Naja, das ist nicht wahr! Ich habe lange gedacht, ich spiele mit Noobs, sage ich so. Nein! Du Pisser! Der hat mir die ganze Zeit verfolgt! Wie sieht es jetzt aus? Der muss nennen hier einen! Ich habe zwei Gäcke! Der hat auch zwei! Jawoll! Oh nein, nicht die Waffe! Ich hasse die Waffe! Ah, vielleicht wäre sie gut auch! Und los geht's! Ja! Nein! Jawohl, da hatte ich keine Chance zu überleben! Och nein, Anti-Terrorist geben einmal haben wir verloren. Schon wieder. Hm, tschüss. Nein! Haben wir verloren, haben wir ver... Wut? Komm, komm, komm! Gib dich auf, gib dich auf! Wir verlieren. Ich bin auf den Terrorist. So! Ah! Juhu, haben wir gewonnen! Guuuut, dass er so gut fühlt. Oh, jetzt werde er lustig. Das freu' mich. Jetzt werde er gemetzelt. Nein! Der ist so langsam! Ist das fucking ernst? Ist das fucking beschissene? Ernst! Nur... 22 Schaden? Von so nah? Und das eigentlich, das ist... Schrott! Das sollte dir fucking... halbe Liebe abziehen! Nicht die blöde 22 Leben! Oder 28! Ist mir scheißegal! Wieso nicht? Fuck! Loll! Sorry! Ich... Ich hab den meisten Kills gemacht! Loll! Nein! Ich hab den Terrorist! Was? Get in mich gespanntert! Los! So Leute! Ich will dir sagen, das war's für wir! Und wir sehen uns und nächste Mal! Tschüssi!